Musik 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 Hallöchen, ich bin es mal wieder, euer Chris Ja und wir haben das Heli-Fliegen erlangt Und das hier ist die Red Zone Das ist wirklich ein richtig schlimmes Viertel Ein richtig schlimmes Ghetto-Viertel Oh, hier unten kriege ich irgendwas Kann ich jetzt hier auch einfach während des Fliegens aussteigen? Tatsache So, dich absorbiere ich mal schnell Boom Boom Komm, wir bewegen uns jetzt mal hier auf dem Boden Blackboxen in der Nähe Blackboxen in der Nähe Wo sind die? Jetzt kriege ich wieder keine Meldung Dann mache ich das mal, wenn ich alleine bin Wir laufen jetzt mal hier unten lang Also, das ist krank, oder? Boots Ja, die können uns hier mal gar nichts machen Schaut schon richtig lecker aus hier Oh, da ist einer drin Hier ist einer drin, der macht mir... Hat irgendwie was für mich So Rüstungsverbesserung, ja Ist halt viel zu langsam für mich, man So Hier ist ein Bau So So, und absorbieren wir dich mal Und gucken, was wir jetzt Schönes bekommen Bam, Alter Hammerfaust Verbessert Boah, ist auch krank, man Ja, ich verpisse mich trotzdem Ich, ich, ich Tschüss, Ditches Krankeschein Hier ist der nächste Bau Ja, die Blackboxes und so sammle ich das nächste Mal ein Wenn ich, äh, müssen wir ja kein Video drum machen Und Und Wir spielen jetzt mal Ghost Raid Die Mission Diese Blackboxes und Unterbauten, die mach ich selber Also Ist ja nichts dabei, nur Metzeln Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, dass sie nicht so sehr gut ist Ich weiß, dass sie nicht so sehr gut ist Oh Hold on! Listen to me! Wait! What? Think for a second. Blackwatch and Alex are both trying to fuck up the whole city. If either of them actually does it, it won't matter if you find a Maya. She'd die anyway. So what do you say? Let me look for Maya. I can do that. Dealing with Alex and a fuckton of guys with guns, that's all you. So, dann gehe ich mal raus. Schauen wir mal. Gedächtnislöschung. Dana Mercer hat sich einverstanden erklärt, Maya zu finden, während Hella Mercer davon abhält, die Stadt zu zerstören. Redzone schaut lustig aus. Definitiv. Krank, oder? 5-5 barrel in the city, you are to alert Red Crown. Then transport the barrel ASAP to base India Niner 6. Straight check it out. You hear that? Sounds like they figured out white lights making things worse instead of better. So much for Mercer's grand plan. So. So. Kranken so weit noch nie, ey. Ja. So. Gucken wir mal, wie's abgeht. All units are India Niner 6. This is Red Crown. An infected presence is in there at your location. Provide security until white light disposal is complete. Over. Never thought I'd say this, but you better give Blackwatch a hand. Get those barrels into the incinerator. I hate你说 of Perif. Run. Apposagot requires cardiac lands of 반 violence. So long have aえ and ready to blow them up�. Dureventh, they land in line with exploit their draughts, other than losing creatives are years long resistant people. feminine Euxen er하는데 chance have to avoid gente, the??? Durend die Maier to run at your current time. Durend die Maier to dangerous Musikser. Ya蛇. Durend die Maier plus。 will It's losing in front of this area после treata gezen AMs. Durend the water, you know. So? Ja, dann helfe ich denen halt mal, ne? So, absorbieren wir dich mal, ich finde jetzt diese Hammerfäuste nicht so toll, muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde diese Krallen viel besser, weil man einfach ein viel schnelleres Spiel hat. Ja, okay, jetzt hat er mich. Boots, Alter, dann gibt es halt noch eine Welle, Mann. So. So, jetzt gehen die Zombies wahrscheinlich dahin, absorbieren die Scheiße. What the fuck, Alter? Shit, Red Crown, this is Straightjacket, requesting a Gentech-Recovery-Team ASAP, transmitting Koordinates. Heller, it's up to you. Those barrels have got to go into that incinerator. Good thing I'm already infecting. meget Hausver problemas, gar nicht. Einmal nicht auf den Pissmann, Alter. involve So, absorbieren, ich brauche Energie, man, warm. So, Dankeschön. So, die absorbiere ich auch noch, zack. Was passiert jetzt? Oh, Clown verbessert, yeah man, auf höchster Spur. Jetzt habe ich die höchste Stufe, Alter, bam. Jetzt schaut es mal ganz anders aus hier, Jungs. Boah, krank, Mann, Alter, ich check hier gar nichts mehr, ey. Ja, meine Energie müsste ich eigentlich regenerieren. Komisch, das tut es jetzt mal überhaupt nicht. Also, ich finde es gay, dass sie sich nicht regeneriert, Mensch. So, dann machen wir das Ganze halt so. So, dann machen wir das Ganze halt so. So, dann gehen wir mal schnell hier zum Ofen. Das ist doch schon echt krank, Mann, Alter. Die Idee auch, dass Mercer dann auf einmal so uns so fickt eigentlich, ne? Weißt du, er war ja, wir haben ja Dustin im ersten Teil gespielt. Da war er der coole Kerl, Mann, der Gute, der alles machen will. Und jetzt auf einmal ist es einfach so, ja. Es ist auf einmal so, ja, er fickt uns einfach. Fuck, Mann, nimm mal die Scheiße ein hier, komm. So. Boah, da kommt einer hinter uns. Aber ich bin schneller als du. Also, ich bewege mich jetzt hier auf dem Boden, Mann, da bin ich einfach viel schneller unterwegs. So. Hinter mir laufen die Brawler. Ah ne, die gehören ja zu mir. Genau, boom. Die töten einfach alles. Heller? 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 Are you there? I... I can't hear you. Dana? 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 Heller? Ja. Ja, auch verwirrt der... ... ... ... ... ... So, und da ist doch was. Na, hier oben ist einer gekommen. Nehmen wir es ein. Gibt ja ein paar Punkte. So. So, das sind die Erinnerungen oder die Fähigkeiten? Ah, das war die Erinnerung. Scheiße. Ja. So, das ist auch ein Zeitpunkt. So, das ist auch ein Daumen. So, das ist auch gut. So, das ist auch ein Scherpfer, dann. So, das ist auch ein Scherpfer. Ja, wollen wir jetzt nicht machen. Hier ist noch einer mit Fähigkeiten, ne? Also. So. Was habe ich jetzt? Was bekomme ich jetzt? Gewehrfertigkeiten. Sind es auf dem höchsten Level. Cool. Okay, dann kommt mir hier mal hinterher. Boah, krank, Mann. Tschüss. Komm, renn, 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 renn. Maximale Geschwindigkeit. So, absorbieren wir jetzt mal ein paar Zombies. Unsere Energie auch mal wieder ein bisschen wächst. Feldagent in der Nähe. Feldagent habe ich erledigt. Und ja, das war ein weiterer Part Prototype. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Ich bin raus. Servus, Leute. Euer Chris.